Oh, Grimax, ähm, Plasma Blade. Soll ich mal Stormbreaker, Plasma Blade bauen? Ist es, ist es, Plasma Blade ist doch mit Crit. Dann könnte ich theoretisch... Ja, ich baue mal Stormbreaker und dann Plasma Blade, was soll's. Wir müssen mal ein bisschen was anderes bauen, nicht immer den Scheiß, den jeder baut. Grimax, take it easy. Ich könnte auch Jalice bauen. Little Sparrow. Oh, jetzt haben die die Bellica. Bellica gut gegen Grim. Caution. Nö. 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 Alter, macht der Schaden. Why do I get that much damage? Ja, mein Stil bringt mir halt nix. Die sind jetzt doppel aggro. Mit Fimblas und Bellica. Gutes Team. Aber mein Stil ist halt grad ein bisschen... Ich würde nicht sagen useless, aber useless schon ein bisschen. Au. Brace some bank. Au. Treff nischt. Erste ist Blut. Ja, wow. Ein Tod. Auch auch nicht mehr Clashen. Alles scheiße. Alles scheiße. Jetzt geht er auf der Solo-Lane ab. Die mitlane muss Steffen. Puh. Bellica meiner Meinung nach Grim konnte auch wegen ihrer Drohne. Jo. Eigentlich nur wegen ihrer Drohne. Jo. Eigentlich nur wegen ihrer Drohne. Junge. Achso, ich hab noch kein Dings ready. Keine Worts. Wir brauchen Worts. Be right back. Wir brauchen meine Dings. Wir brauchen Tanten. Irgendjungen. iert. Dings. Die wissen jetzt, dass sie vorne sind und können mich halt die ganze Zeit gucken. Und ich kann nichts machen, bis die Level 6 ist. Bruder, du musst da raus. Ich habe gar keinen Mana mehr. Alter, der verprügelt die da. Na gut, dann halt so. Warum Retreat? Ich kann gerade farmen und das aufholen. Ja, okay, ich muss weg. Bin tot. No! Alter. Ähm. Was wollte ich jetzt bauen? Plasma Blade. Das baue ich. Jetzt wisst ihr, Leute, deswegen Retreat. Was macht die Drohne bei Grimm? Die Drohne von Bellica greift dich jedes Mal an, wenn du einen Spell machst. Und entzieht dir Mana. Äh, weißt du doch, Janine. Hä? Warum rennt das Minion einfach durch? Die Drohne von Bellica greift dich. So. Und entstand sie, was hauptsächlich. Nein. Oh, what? Oh. Die haben Raptor gemacht. Scheiße. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Sehr schade. Damage, Damage, Damage. Oh, kein mehr Dings kommt. Ach, die Scheiße. Oh, was soll ich machen? Ja, kann ich nichts machen. Der Hawitzer lässt halt auch den die ganze Zeit hier hinlaufen. Ich kriege den nicht tot. Alter, er kassiert so. Ja, aber warum ist das so ein guter Konter genau gegen ihn? Nur der G, den ist das Problem. Howie schläft. Weil der Grimm Mana braucht, um schießen zu können mit seiner E. Erstens. Und zweitens kannst du... Immer wenn du deinen Rechtsklick machst, schießt er die Drohne auf dich. Und dann ist das Ding weg. Dann ist dein Schild weg. Alter, Ziel ist Level 5. Warum ist die Level 5? Dann können die doch baiten. Wir sind doch alle hier. Ah, ja, ja, Coco, Jumbo. Missing mit, der ist auch da. Daher kommt eine Wave. Kann der nicht ulten, der Stil? Anscheinend kann der nicht ulten. Ich habe es nicht bekommen. Alter. Junge, Junge, habe ich dir neben der... Er ist oft genehm... Oft daneben geschossen. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Alter. Holy shit. Ich verfiss mich. Okay, pass mal, Blade. Ein Cleanse mitnehmen? Oder ein Jump? Ich nehme ein Jump mit. Ich hätte mal Bock auf das, Devil. Okay. Okay. Careful, right lane, attack op-prime. An ally tower is under attack. Fiering. Ja, getroffen. Du willst jetzt die Freude mit den Minions hier? Wenn wir das Ding hier machen... Nichts getroffen. Schnaps gesoffen. I need help. Boah, man hat echt wenig Mana als Grimm mittlerweile. Müsst ja schon mal fast Chalice bauen. Viele Minions. Oh. Initiate. Der Stil kassiert so die ganze Zeit. Mach zu wenig Damage. Mach zu wenig Damage. Ich kann mir vorstellen, dass sie da sind. Nee, ist sie nicht. On my way, Matt. On my way, Matt. One smite. Jawoll. Ultien. Ouch. Oh shit. 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 Kurz chillen, kurz chillen. Our wiser kommt. Tower ist leider weg. Sorry, bro. Please enjoy the music while we recall. Zack, 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 zack. Okay, 5-3 ist jetzt nicht die schlechtesten Stats. 135 Farmen. Der Twinblast hat 116. Also vom Farmer bin ich auch ab. Wir haben 11-11. Und es steht 1-1, was den Raptor angeht. So, da sind die krass weggekommen, würde ich sagen. Und dann sind die krass weggekommen, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Nice, habt ihr gut gemacht. Ich habe euch den Tower freigemacht. So, ein Auge auf den Gideon, immer. Irgendwie auf den drauf geht. Defend Left Lane. Oh, Stiel. Shit. Da ist Belisha. Kann einer helfen kommen? Ja, Twinblast kommt helfen, gut. Ich bin tot. Aber Howlz ist rausgekommen, das ist doch die Hauptsache. Was baue ich denn noch Schönes? Ähm. Brauche ich Anti-Heal? Den Greystone vielleicht. Ja, komm. Ich baue mal Anti-Heal noch. Jawoll. Und rechtsklick. Nein, wohin? Alter, das war knapp. Pass auf, da oben ist noch jemand. Schön, dass dann... Okay, er ist tot. Aber wir haben den Mini-Prime bekommen. Steal, ich komme. Ist jetzt rausgeultet. Ich glaube, er ist rausgeultet. Scheiße, er ist tot. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen pushen, weil der Raptor ist bald ab. Wir will ihn da mal aufgeben. Guck mal da. Der Terra holt den Red-Buff. So nämlich. Ich glaube, Greystone kommt hier rüber, oder? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Notify Wards, Ward-Op-Prime. Notify Wards, Ward-Op-Prime. Ich glaube, die sind am Prime dran. Notify Wards, Ward-Op-Prime. Okay. Die sind nicht am Prime, weil der Twin Blast ist zumindest hier. Junge, wir kommen hier alle hinterher. Das gibt es doch gar nicht. Der Stil ist so reingegangen, der hat 90% seiner Leben verloren, nur während der versucht, reinzukommen. Er hätte direkt am Anfang abbrechen müssen. Vor allem waren sie halt in ihrem Tower sowieso drin. Ich meine, ich habe die Bellica gekillt. Aber dafür bin ich jetzt selber gestorben. Einfach Greystone noch da. Einemies-Tower ist unter Attack. Rechts aufpassen. Schnellen Ami-Chelli-Snacken. Alter, das schmilzt. Es ist so heiß, dass hier die Schokolade schmilzt, ohne dass ich was mache. Ich habe die Schokolade schmilzt, ohne dass ich nicht mehr schmilzt, ohne dass ich nicht mehr schmilzt. Ich habe die Schokolade schmilzt, ohne dass ich nicht mehr schmilzt. Ey! Alter! Ich wollte ihn die ganze Zeit ulten, aber weil diese Ecke da im Weg war. Wollen die Prime machen? Die wollen Prime machen. Einmal. Nur, dass die Minions in den Tower laufen. Die Map hat mir die Kante gegeben. So, was können wir machen? Ein bisschen pushy-pushy, hä? Autsch. Autsch. Ah, guck mal da. Sorscher! Er muss jetzt links durch pushen. Will der von oben durch. Er ist tot. Das ist weg. Wir fighten da hinten alle. Wir holen das Ding alleine weg. Und Prime. Ich hab keinen Lifesteal. Nee, schaff ich nicht. Schade! Loll! Können wir das nicht machen, Dagger? Ich hab den schon halb tot gehabt. Alter. Ich geh auf. Warum fightet der denn da immer noch? Warum ist Fang links? Weil die Leute haben ein Makro drauf. Das kann sich keiner ausdenken. Wir haben Prime und wir machen den scheiß dritten Raptor nicht. Der uns fürs ganze Game was bringen würde. 8% mehr Rüstung und Leben. Und was machen wir? Links pushen. Der Jungler pusht links. Gehen wir jetzt hier drauf. Sonst haben wir keinen Prime mehr. Was? Die stehen zu zweit auf der Mitte. Alter. Ich geh raus. Das ist so traurig. Was machen die alle? Es ist so traurig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Oh, das hier. Was? Holy shit. Also, wie kann man denn so schlecht sein? Ach, du Scheiße. Unser Jungler geht auf die linke Lane und fightet gegen Minions. Er läuft immer weiter weg von mir. Warum willst du den Stunnen? Wenn die Ulti hat. Er ist tot. Warum rennt der dann noch weiter rein? Ja, oben tot. Ich komm nicht vom Tymblast weg. Das ist jetzt der Prime für die. Da fällt einem nichts zu ein, oder Leute? Was fällt euch da zu ein? Wer ist tot? Oh, kranke Ulti. Oh, geil. Und jetzt ist er tot. Kommt doch jetzt einfach zum Prime. Wir sind nur noch zu zweit. Jetzt chasen wir die. Das ist eigentlich eine dumme Idee anzufangen. Und jetzt ist er tot und deren Jungler ist da. Scheiße! screaming Scheiße! 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 Der ist auch tot. Steel ist keine Ahnung wo, der rennt da in der Mitte rum. Was soll ich machen dagegen? Der steht 6 Meter neben mir oder vor mir und ultet einfach. I need a support. Und I don't have one. Jetzt tankt der den. Nice, nice, nice. Das war nice. Der ist da. Was macht der Haulser? Nein, eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich hätte den Prime. Egal. Alle anderen haben den Prime. Aber gut, dass Crunch den noch weitergemacht hat. Sehr gut geschaltet von ihm. Lass mich den Wibber-Buff holen. Boah, schneller rennen kann ich gebrauchen. Vor allem gegen Greystone. Einer muss links deffen eigentlich. Alter, dreht das nicht zu mir. Was macht der Steel da? Wir verlieren den Tower. Der Steel, Alter, was macht der? Ich versuche, auf die Mitte lane zu kommen. Jawohl. Wir haben ja noch Prime. Wir haben ja noch Prime. So, eine Wave muss ich jetzt noch abfangen. Ich versuche, auf die Mitte lane zu kommen. Der ist Tschüss. Der ist sowas von Tschüss. Sehr gut, wir haben alle In-Habs. Nice. Shit, 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 shit. Ich resette, weil das bringt jetzt nichts, hier zu sterben. Und ich habe nämlich keinen Prime. Aber nur noch Bellica dürfte es eigentlich nicht schaffen. Jo, das war's. Jo, das war's. Also, dass die Situation am Fangtus eben, Alter. Ich weiß nicht, was mit denen war. Warum die komplett ewig... Oh, jetzt habe ich meinen Ton leer gemacht. Äh, leiser gemacht. Warum die die ganze Zeit auf der Midlane gechillt haben, wenn die oben im T2 gefangen waren und wir hätten den Raptor so easy machen können. Ich habe den ja alleine bis zur Hälfte runtergepumpt. Und niemand ist gekommen, einfach. Holy shit. Ich hätte nur den Jungler gebraucht oder sonst wen. Und dann rennt der Jungler noch, dann ist der Fang ab und der Jungler läuft auf die linke Seite und macht Split-Push, Alter. Warum? Aber war doch gut. Ich habe meistens farmed, würde ich sagen. Naja, hier, der Thunblast hat aufgeholt. Krass, der hat echt krass aufgeholt. Und der hat auch einen Farm mehr, der geht in. Aber trotzdem guten Farm gehabt. Und, äh, ja, 12-7 ist auch in Ordnung. GG. Wir haben...